Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Nicht ganz direkt im Anschluss an die letzte Folge, sondern mit ein paar Minuten Unterbrechung. Ihr seht, ich habe hier wieder ein bisschen was herstellen lassen. Entschuldigung, dass ich aus der Puste bin. Aber ich musste gerade ein bisschen was machen, tun und so weiter. Hier haben wir Wolle, die kann verkauft werden. Ja, bringt wieder 66.000. Die Mülle haben wir voll. Ihr seht, hier sind ein paar Kisten entstanden. Wo überall das Essen jetzt reinkommt, erst einmal. Hier die Kochzutaten, hier hinten die Brautzutaten. Und das Lager hat auch seine letzten sechs Kisten bekommen. Und hier haben wir noch Eis. Das kommt hier rein. Titan war hier. Und Gold war dort. Wir nehmen heute den Stagewechsel vor. Denn, um ehrlich zu sein, ich brauche neue Waffen. Ich habe jetzt hier nur das, was ich wirklich am Körper trage. Warum trage ich den Hut nicht mehr? Was soll das? Hier, bitte einmal. Achso, ich wollte mal gucken, was diese Kimono-Krone bringt. Gut, die setzen wir uns auf. So. Jetzt muss ich mal gucken. Das kommt hier raus. Hier kommt Rüstung rein, würde ich sagen. Hier haben wir Tierloot. Dann kommt hier der Mobloot rein. Alles kurz ein bisschen sortieren. So, so. So und so. Ihr seht, ich trage nichts mehr außer die Sachen, die ich zum Kämpfen brauche. Aber ich will mir unbedingt einen Bogen herstellen. Denn mir hat es gezeigt, dass, ja, ne? Der eine Dungeon-Boss, der doch recht stark war. Hier sind schon wieder Schafe drin. Die haben ihren Spaß. Jetzt lass mich doch mal... Ach, komm! Ich will einfach nur die Wolle und das Fleisch haben. Er stellt wieder schön her. Das ist sehr gut. Ah, da kann man auch hier das restliche Fleisch reinhauen. So. Wird hier denn jetzt endlich mal Brot produziert oder nur Mehl? Ne, nur Mehl. Das war klar. Das Ding ist auch randvoll. Ja. Da machen wir erst mal nichts weiter dran. Denn ihr seht ja hier in der Kiste, da haben wir... Entschuldigung. Hier haben wir noch so viel Zeug. Das ist nicht mehr normal. Ähm, da werden die Würstchen hergestellt. Hier stellen wir noch einmal Brot her. Und hier wieder Mehl. Und in dem anderen können wir das Mehl natürlich wieder zu... Bio... Was? Bioethanol herstellen. 50 Stück. Joa, reicht für den Anfang. Äh, Weizen hier rein. Alles wieder leer. Und die Wolle wird auch noch schnell verkauft. So, und jetzt kommt der Stagewechsel. Das Wasser holen wir dann ab. Da ist der Turm zum Wechseln. Ähm, alles mitnehmen. Und Stage wechseln. Denn ich möchte auch neue Rüstung haben und alles. Und acht... Acht, du Heimatland. Gunpowder. Diamant. Hellfire. Das gibt's bestimmt beim Vulkan. Heated Mineral. Hellpepper. Und wir kommen den Panzer... Oh, lol. Wir kommen dem Panzer bald näher. Oh, geil. So, da wollen wir doch mal gucken, he. Was können wir denn so craften? Palladium. Ja, Durability 200. Und die hat nur 100. Oh, nice. Oh, nice, 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 nice. Was haben wir hier? Uplifting Supplement. Das sagt mir grad gar nix. Gut, das sind alles die Sachen, die wir jetzt im Inventar craften können. Ja, das wird schon was werden hier. Ähm, ich muss ganz kurz das Wasser loswerden. Das hat hier hinten... Was können wir denn jetzt hier herstellen? Ähm, ja, das kennen wir schon. Gryphon Wings und Gryphon Wings Fever Feather. Was ist denn jetzt der Unterschied? Egal. Äh, gibt's neue Maschinen, die wir herstellen können? Anscheinend... Was ist das? Ne Bank. Lol, ne Bank. Was ist das? Artefakt Bedrock of Stone. Geil. Was ist das? Punching Bag. Ähm. Ähm. Ne Rakete? Lol. Hier ist das Black Gun Powder. Sulfo Salpeter Car Coal. Okay. Was ist das? Einmal G-Land Sale Contract. Unsigned. Äh, ist irgendein Rezept, so wie es aussieht. Und, äh. The button shows an Island via Altar of Transportation and use the button to recreate an Island. Äh, the bug that the world you found is to destroy the fate and fix the... Hä, das verstehe ich nicht. Den will ich aber ehrlich gesagt auch nicht einsetzen, weil... Wir kennen das ja von Anfang an noch, dass da... Wie soll ich sagen? Ja, die Welt explodiert ist. Und wir können das Palladium machen. Geil. Wird gleich gemacht. Was können wir hier Neues machen? Palladium Bogen. Yeah. Neue Rüstung. Black Dragon Male. Was? Execution Scale. Was ist denn das? Äh, ich will die Rüstung haben. Ach, das sind... Warte mal, das sind Drachendinger. Okay, wir haben Hell... Hellflame Resistance dann. Aber Defense geht runter. Aha, die haben also alle spezielle Anf... Äh, 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 Negativ-Effekte. Blue Dragon. Hellflame... Ich würde auf die Schwarze tendieren. Das ist doch normal. Ähm, wo ist denn der Heat da? Da ist der Heat da. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Das ist für Frauen, das ist für Männer. Was zum... Al... Alter, Alter, aber... Bitte? Das ist ein Wildschweinkopf. Hier ist ein Baseballhelm. Hahaha, geil. Aber ich brauche... Execution Scale. Ich glaube, das sind alles Drachenschuppen. Reaper Spirit Scale. Okay. 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 Ähm. So, wir haben ja jetzt hier ein bisschen was gemacht. Dann stellen wir uns erstmal noch ein bisschen Essen her. Oh, yes. Oh, ne neue Picke. Äh, raus damit, raus damit. Raus damit. Nice. Ich glaube, die Axt braucht Holz. Genau. Wenn ihr wüsstet, was gerade vor meinem Fenster los ist. Ich will jetzt nichts sagen, aber... Ich weiß nämlich nicht, wann die Folge rauskommt, aber bei mir schneit es gerade. Und heute ist der 19. März. Eigentlich eine Zeit, wo es gar nicht mehr schneiden dürfte. Oder doch? Keine Ahnung. Äh, Fischfileder unten bitte raus. Danke. So, dann hier. Für den Bogen. Brauche ich zwei Leder und zwei Knochen. Das haben wir doch alles. Ähm. Das. Das. So, Lederhammer. Wo sind die ganzen Knochen? Hier. Hammer alles. Ich würde sagen... Bogen. Was ist denn das hier hinten? Home Run Bed. 555 Attack Damage macht der. Und meine Lanze macht nur 330... Äh, 350. Durability von 5. Ach, du Heimatland. Der ist ja nicht so gut wie gedacht. Äh, gibt es hier irgendwas, was mehr als 350 Attack Damage macht? Äh, scheint mir nicht so. Ne, der auch nicht. Ne, schade. Okay, die machen nur 180 anstatt 200. Haben aber wiederum mehr Durability. Wir machen uns trotzdem jetzt die Schwerter hier. Zweimal bitte, weil ich Zweihandkrieger bin. Ähm. Müssen wir erstmal ein bisschen was verkaufen hier. Und zwar die ganzen Goldsachen. So, ein Schwert dahin. Das kommt auch darüber. Die Axt. Die Picke. Das Schwert und der Bogen kommt dahin. Der Fisch kommt da raus. Und das alles kommt auch einmal raus. Wir wollen mal gucken, was wir zu essen herstellen können. Hiervon brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hm. Das wurde 1300. Das bringt 196. Und das hier bringt 359 Gold zum Verkaufen. Könnte ich elfmal herstellen. Alter, was? 1200 bringt der. Das ist gut, was? Ähm. Rüber damit. Äh. Da, 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 da. Den Rest braucht man nicht. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Wir brauchen Drachenschuppen. Hier haben wir noch ein schönes Schild. Defense plus 25. MATK 100. Irgendwie ist Gold besser als Palladium. Warum das? Das muss mir echt mal einer erklären. Die Schafe haben sich wieder versammelt in dem ehen Ding da drinne. Gibt's hier irgendwas Neues zu bauen? Ähm. Stahlwand. Ähm. Wire Mesh Wall. Okay. Es gibt irgendwann nur noch Wooden Frame und Wooden Door Frame. Da muss unbedingt was Neues kommen. Denn ich sag mal, so wie es ist, es sieht einfach nur scheiße aus. Wenn das die einzigen Frames sind, die man ingame hat. Okay. So okay. Aber so hier. Nee. Da muss mehr kommen. Ähm. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Jetzt können wir hier Heavy Steel Ingots herstellen. Okay. Okay. Ähm. Für Raketen und keine Ahnung. Stahl und Rare Metal. Das haben wir doch alles. Wir stellen das jetzt einfach mal her. Ähm. Rare Metal. Und Stahl. Stahl. Die werden jetzt einfach mal verballert. Guck mal. Oh. Genau. 20 Stück herstellen. Nice. So. Die Fressalien waren auch fertig. Da liegt ein Kacke auf. Ähm. Fisch. Fisch maximal neun Stück machen wir. Der gibt nämlich immer gut Hunger. Ähm. Ansonsten kann man noch nicht wirklich viel weiter herstellen. Hier von drei. Da von elf. Äh. Ähm. Ja gut. Ich würde sagen den Rest werden wir uns aufheben. Das. 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 Das da rein. Das da rein. Das. 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 Bitte einmal alles ordentlich sortieren hier. Dankeschön. Ähm. Pilze können da hin. Das kann hier rein. Das. Mehl. Kann da hin. Ist da was? Das was ich jetzt hergestellt hab. Das wird einfach mal verkauft. Mal schauen wie viel das bringt. Hundertzehntausend. Ja. Warum nicht? So. Okay. Das Metall haben wir jetzt. Ähm. Rakete. Wo war die Rakete? Da. Für die brauche ich das nicht. Nice. Ähm. Das hauen wir mal hier mit rein. Der Fisch ist fertig. Golem. Okay. Ja. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 26. Ich glaube nicht, dass die ausreichen werden. Ähm. Wo hat man denn die Pfeile hergestellt? Ich glaube hier. Der Blacksmith. Was ist denn das hier? Was? Mining Collection? Ähm. If you hold right click. Will it equip. Äh. 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 Aim is placeable. With rod shoots a razor to it. Äh. Okay. Und der Hammer. 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 Can repair. Objekt. By hidden. Sam. Wow. Wow. Okay. Okay. Damit kann man Sachen reparieren. Nice. 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 Hier waren die Pfeile. Ich hätte aber gerne... Äh. Oh. Oh. Ich glaube das wäre was fürs Blumenmädchen. Eisen und Holz. Wir machen uns neue Pfeile. Ähm. Eisen war die zweite Kiste. Eisen. Und Holz. Düt. 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 Maximal 100 Pfeile. Einmal herstellen. Dankeschön. Äh. Ich dachte das Wasser ist schon wieder fertig. Kann ich jetzt hier draußen was neues herstellen? Ähm. Ein Auto. Hä? Warum habe ich jetzt da oben diesen Pokéball als Bild? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist ein Buggy. Das ist ein Motorrad. Das Harborboard. Das kennen wir ja schon. den Helikopter. Den Helikopter und den Heißluftballon. Okay. Aber so viel kann man dann auch da nicht so wirklich herstellen. Ähm. 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 Wir gehen mal da hin. Ich glaube da gab es... Gab es da neue Erze? Gab es da neue Erze? Ich weiß das gar nicht. Wir gehen mal da hin. Wir gehen mal da hin. Wir gehen mal in die Wüste nach Dungeons gucken. Entschuldigung. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Wollen wir doch mal gucken wie die Palladiumsachen so sind. Komm. Mach. Wir gehen mal nach. Und ich wollte ja irgendwo dann noch Eisen automatisch farmen. Okay. Hier als erstes der Test. Zwei Hits. Okay. So natürlich wieder nur einer. Nice. Nice. Und das ist nach einem Hit kaputt. So muss es sein. Ähm. Ähm. Eisen. Ein unendliches Eisenvorkommen wäre nice. Ähm. Ich weiß gar nicht ob das hier überhaupt... Ob es hier überhaupt irgendwas gab in der Richtung. Ähm. Was hab ich denn dort? Hallo? Bleibst du mal stehen? Okay. Wir rennen jetzt einfach mal just for fun hier lang. Ähm. Das zweite Schwert bitte auch ausrüsten. Und ich muss... Scheiße. Ich habe nichts zu essen dabei. Ähm. Ja. Unprofessioneller geht es halt einfach mal überhaupt nicht. Ich brauche erstmal was zu fordern. Kann man das so essen? Ja. Das auch? Okay. Das Salz auch. Sag mal. Ernsthaft? Ich bin am Essen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Stört der mich mitten beim Essen? Also. Ähm. Okay. Der gibt nur 5 Hunger. Das hier. Ah ne. Gut. 27 Hammer. Ähm. Immer noch unendliches... Alter. Was ist hier los? Oh. Da gab es einen Oscar Fisch. Geil. Ähm. Ähm. Ein Fisch namens Oscar. Da hinten ist ein Dungeon. Lad mich da rein. Aber hier gibt es auch kein unendliches Eisenvorkommen. Beziehungsweise so ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein... Stein Dingens... Gedöns. Wo man eine Maschine drauf setzen kann. Das ist... Oh nein. So ein... Ach ne. Da ist ein Blumen dran. Das ist wieder diese... Fleur de la Dingsbums. Oh ne. Doch nicht. Ähm. Eine Goldkiste. Ein Rochen. Und ein Rainbow Dingsbums. Hallo. Ähm. Hab ich... Scheiße. Ich glaub ich weiß was ich mache. Und ich hab keine Bauressourcen dabei. Scheiße. Ähm. Ähm. Wir gehen gleich zurück ins Dungeon. Ich brauch ganz kurz Bauressourcen. Ja. Wer hätte es gedacht. Ein Dungeon ohne Boss. Ähm. Das war ein Satz mit X. Würde ich mal behaupten. Und das auch. Und da ist noch eine goldene... Äh. Eine blaue Kiste. Die nehmen wir auch gleich noch mit. Bevor wir wieder ins Dungeon gehen. Alter. Jetzt... Hau doch mal zu hier. Na ja. Die Dinger geben nicht wirklich viel Stein. Ich brauche halt nur so viel, dass ich mich da hoch bauen kann. Holen wir uns hier noch die zwei Bäume. Okay. Ich hab 200 Bäume gefällt. Ähm. So. Den Stein nehmen wir auch noch mit. Und wir gehen wieder ins Dungeon. Boah. Ich brauch unbedingt hier drinnen was zu futtern. Das geht mal gar nicht. Äh. Da, 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 da. So. Ähm. Ähm. Ja. Rafner. Einmal hier runterziehen. Uh. Naja. Zwei Stück haben wir noch. Ähm. Craftner Ah ja, komm, wir bleiben bei Holz Ähm Alter, was mach ich denn hier, bitteschön Ah ja, wir haben's geschafft Mehr gibt's hier nicht, anscheinend Wir haben wieder eine Slate bekommen Und ja, Sachen, die wieder verkauft werden Weil wir die einfach nicht mehr benötigen, diese Schwerter So, was haben wir hier in der Kiste Ein Fisch Da gab's nen Fischi Ähm Ja Und Da hinten liegt irgendwas Das werden wir uns angucken Das ist ja auch, wenn die Folge schon zu lang geht Meines Erachtens Aber was ist das? Eine Karotte? Da ist ne Kiste Wo? Was? Was ist mit den Fässern hier falsch? Hä? Alter Alter Irgendwas ist hier draußen grad passiert Weil die Fässer, die standen vorhin noch ganz normal rum Jetzt rollen sie, da lag ne Karotte rum Das ist seltsam Holy shit Oh Kamel, du stehst im Weg Ja Die Fässer machen Großbumm Würde ich mal behaupten Ähm Ich muss erst nochmal zurück in die Base Ich hab halt wirklich vergessen Mir das Essen einzupacken Ähm Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder Würde ich sagen Ähm Wenn euch das Video gefallen hat Lasst nen Daumen nach oben da Der ist ganz wichtig für den YouTube Algorithmus Lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dann bleibt uns spannend Christen Tag Und Bye Bye